Hallo ihr hübschen Hasileins, ich bin Claudia und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei Franzis Video. Tschüssilein und Knutschilein. Hallo meine hübschen Hasileins, ja ich habe es jetzt wieder gesagt und es tut mir ganz sehr leid, dass ich mich nicht daran halten konnte, aber ihr habt mir auch geschrieben, dass es euch fehlt, dass ich euch nicht mehr begrüße und deshalb begrüße ich euch jetzt trotzdem, auch wenn ihr das viel besser macht als ich, ganz ehrlich gesagt, viel professioneller. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, ihr könnt mir natürlich weiterhin eure Begrüßungsvideos schicken, aber wisst ihr, wenn man sich vier Jahre vor eine Kamera setzt und immer sagt, hallo meine hübschen Hasileins und dann auf einmal nicht mehr ist das schon ziemlich komisch und ich finde das auch süß, dass ihr das auch mitbekommen habt und gesagt habt, Franzi, du fehlst, also deine Begrüßung fehlt uns. Das dazu, also ihr macht das toll, um Gottes Willen und ich möchte auch, dass ihr mir weiter eure Begrüßungsvideos schickt, wenn ihr darauf Lust habt, aber mir hat es einfach gefehlt. Und was wollte ich jetzt sagen, es ist ziemlich früh, ich habe mir heute extra für euch einen Wecker gestellt an meinem freien Tag, weil ich gleich früh anfangen möchte mit Videos drehen und es soll heute erst mal eine Foundation-Routine von mir geben, die habt ihr euch ganz sehr gewünscht und deshalb machen wir das jetzt auch. Ich will auch gar nicht lange rum schnacken. Als erstes machen wir uns mal eine wunderschöne Assipalme. Das ist zumindest der Plan. Ich habe jetzt schon mein Augenmake-up geschminkt. Also, ja, sehr geil. Ich habe jetzt schon mein Augenmake-up geschminkt, bedeutet, ich habe Lidschatten, Wimborntusche und Augenbrauen und ansonsten habe ich noch nichts gemacht. Also, das, was ihr hier seht, das sind alles meine naturischen Rötungen. Deshalb benutze ich ja auch kein Rouge und so, also, ne, transisrot in der Larve, weil ich ziemlich dünne Haut habe, ne. Also, ich habe auch hier zum Beispiel das Ding, das werdet ihr jetzt schön sehen, das ist ein geplatztes Äderschen, also, ne. Alles nicht ganz so schön. Vom Pickeln her, muss ich sagen, geht's eigentlich, aber, ja, wie gesagt, eben, ne, die roten Wangen und sowas. Und deshalb ist es auch, wenn ich ungeschminkt bin, bin ich generell immer, ah, die ist so süß, guck mal, wie süß die ist. Könnte ich kotzen, aber so ist es nun mal, deshalb machen wir uns die jetzt weg. Ich habe vorher schon meine Tagespflege aufgetragen, sowieso meine Reinigungsroutine vollzogen quasi. Wenn ihr die nicht gesehen habt, verlinke ich euch die mal in der Infobox, meine Hautpflegeroutine, meine aktuelle und dann könnt ihr euch die ansehen. Ich fange an mit dem NYX HD Make-up normalerweise, ähm, wartet mal, ich mache mal kurz, so, zweieinhalb Pumpstöße. Ich habe das in der Farbe 01 Nude, das ist der hellste Ton, gibt's bei Douglas, kostet 20 Euro. So, dann mache ich mir was von meinem Alverde Highlighter, oder wie ich so sagen, Pflege-Eylighter, daneben, so quasi, und vermischt das dann. Und ich nehme zum Auftragen den Pinsel von Real Techniques, das ist der, ja, wo steht denn das eigentlich, was das für eh nur ist, das ist bei mir schon gar nicht mehr drauf, Buffing Brush. Den Buffing Brush, der ist sauber und das liegt daran, dass ich meine Pinsel nach jeder Anwendung wasche. Wenn ich also auf Arbeit gehe, schminke ich mich und entweder ich schaffe es noch vor der Arbeit, die gleich nach dem Schminken zu waschen, oder ich mache es, äh, dann auch. So, dann nehme ich mir das hier weg und trage das so auf, an den Stellen als erstes, wo ich die meiste Farbe haben möchte. Das ist immer ganz wichtig, weil wenn ihr da nur noch Restprodukt habt, sorry, dann nützt euch das ja nicht viel. Hier zum Beispiel am Kinn brauche ich nicht viel. Ich fange immer als erstes an den Wangen an. Muss ich natürlich aufpassen mit meinen Augen, weil, das wollte ich noch sagen, ich schmink normalerweise immer als erstes mein Gesicht. Und dann meine Augen. So, jetzt nehme ich hier mal noch den Rest ab. Wir wollen den nicht verkommen lassen, ne? Das, äh, darauf müssen die Aussis immer ganz sehr achten. Es wird nicht verkommen, es wird alles noch wiederverwertet. Den Rest gibt es dann morgen zum Mittag. So, äh, ich tue das jetzt erstmal so einbaffen, quasi. Wichtig ist wirklich, dass ihr vorher eine richtig schöne, äh, Feuchtigkeitspflege drunter macht, dass das Make-up auch schön, äh, aufgenommen wird und sich setzt. Sorry, dass ich mich hier, aber ich brauche auf jeden Fall einen Spiegel, weil ansonsten sehe ich das nicht. Nicht. So, also wie gesagt, erstmal schön einarbeiten. Und was ich noch euch erzählen wollte, und zwar, äh, zwecks Farbe der Foundation. Es ist einfach so, dass man viele verschiedene Wege hört, wie man seinen perfekten Farbton rausfindet. Äh, ganz oft sagt man halt im Gesicht das gleich auftragen und gucken, ob es passt. Viele sagen auch hier an dieser Stelle, weil das die hellste Stelle des Körpers ist und da testen. Also da gibt es, oder hier am Ohr, gibt es auch welche, die das sagen. Und ich habe es so gelernt und ich liebe diese Technik und ich nehme diese, benutze diese Technik auch bei Kunden, habe ich die immer und es hat immer funktioniert. Also ich war immer jemand, der, äh, nicht mal zwei Anläufe, meistens hat es schon mal im ersten Anlauf und der, äh, der Foundation-Ton für die Kundin war perfekt. Und zwar guckt ihr nicht in eurem Gesicht, nicht auf eure Hand, nicht in eurem Schlüpper, sondern ihr guckt euren Hals an. Und wenn das, äh, die Foundation die gleiche Farbe hat wie euer Hals, dann ist es perfekt. Und ihr werdet jetzt auch bei mir sehen, dass ich meine Foundation nicht, nicht mal bis hier hin ziehe. Ich höre hier, an dieser Kante höre ich auf, ich tue nichts verblenden oder sonst irgendwas. Weil, wenn ihr die perfekte Farbe habt, dann braucht ihr nichts verblenden. Ich habe Kundinnen gehabt, die haben sich ihre, ihre Foundation bis zu den Bubis gepinselt. Und wo ich denen gesagt habe, ich schminke mich fast jeden Tag in der Woche und komme mit meinem Make-up immer, also mit meiner Foundation immer mindestens fünf Monate hin. Meistens aber ein halbes Jahr. Dann haben die gedacht, ich verarsche die und das ist nur hier Verkaufsstrategie. Ja, das Make-up ist so agibisch. Also die Foundation ist totaler Quatsch. Es funktioniert wirklich. Man muss einfach nur die perfekte Farbe haben. Und bei mir, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt im Kameradispiele seht, äh, Hals und Gesicht ist eine Ebene. Und viele sagen dann mir, aber mein Hals hat eine ganz unterschiedliche Farbe als das Gesicht. Ist bei mir auch so. Mein Hals ist heller als mein Gesicht. Aber, äh, wenn ihr noch ein bisschen Farbe in euer Gesicht reinzaubern wollt, was man ja definitiv danach sowieso macht, dann macht ihr das, äh, durch Bräunungspuder oder Rouge. Und nicht komplettes Gesicht. Und viele, ähm, Frauen, die ich auch geschminkt habe, die haben sich immer viel zu dunkel geschminkt. Nicht mal ihr jungen, äh, Mädels. Ich sehe jetzt auch wenige junge Mädels, die noch diesen Make-up-Rand haben, muss ich sagen. Also, es hat sich deutlich verbessert. Aber gerade bei älteren Frauen, ich sag mal so 50 plus, ganz schlimm. Und wenn ich dann die richtige Farbe für die ausgewählt habe, war erst mal so, wo ich jetzt den Schritt hatte, wie bei ich jetzt bin. Ich sehe aus wie eine Leiche, übelst blass und so. Ich sage, wissen Sie was, wir machen Ihnen jetzt noch schön Bräunungspuder und Rouge ins Gesicht. Und dann ist das aber punktuell und nicht komplettes Gesicht. Denn, und das ist wirklich so, ein zu dunkles, eine zu dunkle Foundation macht immer alt, immer. Also, das ist eine Tatsache. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Frauen, die sich viel zu dunkel im Gesicht schminken. Ich finde das furchtbar, weil es macht wirklich immer älter. Es ist immer so. Ne, ein helleres Make-up macht immer frisch. Es soll natürlich auch nicht so sein, dass ihr, na, ein übelst helles Gesicht habt und einen dunklen Hals. Wie gesagt, es soll wirklich eine Ebene sein. Und ihr seht ja, ich verblende auch nicht. Ich verblende auch nicht zu meinen Ohren. Weil das eine Ebene ist. Und so sollte es auch eigentlich sein. So, ich hoffe mal, das kommt auch in der Kamera so gut rüber. Also, hier in meiner Welt ist es toll. So. Ihr habt gesehen, ich habe das erst eingepattert und dann, also eingebuffert quasi. Und dann kann man auch so ein bisschen streichen. Wichtig ist nur, dass ihr an den Stellen, wo ihr die meiste Farbe haben möchtet, nicht streicht. Weil dann streicht ihr das Make-up wieder runter. Also, die Foundation, wenn ich Make-up sage, wisst ihr, was ich meine. Dann meine ich die Foundation. Und, ähm, ja, also da müsst ihr auf jeden Fall immer noch so tupfen. Und an den anderen Stellen, wo ihr wirklich nicht so die Deck drauf braucht, könnt ihr ruhig streichen. Wichtig ist, immer das Make-up, also die Foundation, ich sage jetzt Make-up, nach unten streichen. Und nicht nach oben oder Kreuzdeck wäre. Weil jeder Mensch hat Haare im Gesicht, das ist ganz normal. Und wenn ihr die nach oben, äh, verschmiert, sage ich jetzt mal, dann stellen sich die Härchen auf und das, äh, Gesamtbild wirkt ungleichmäßig. Also immer schön nach unten ziehen. Und ja, jetzt gefällt mir das schon viel besser mit meinem Augen-Make-up. Weil durch die roten Stellen wirkt das komplette Gesicht total unruhig. So, jetzt geht's weiter mit meinem Ups-Concealer. Auch zu diesem Schätzchen von P2 habe ich, äh, eine, ein Kauftipp-Video gemacht. Das verlinke ich euch auch unten in der Infobox, falls ihr das nicht gesehen haben solltet. Und das gebe ich einfach großzügig aufs Gesicht. Und zwar in dieser Dreiecksform. Das habe ich schon, das, ich weiß nicht, das ist so dieser Kardashian-Look, soll das sein. Das mache ich aber schon, seitdem ich damals bei Douglas angefangen habe. Also mittlerweile seit auch, äh, über fünf Jahren. Und dann gebe ich mir den, auch mit dem großen Pinsel. Ich mache das manchmal noch mit einem kleineren Pinsel. Aber ich habe festgestellt, dass das mit dem großen auch wirklich super funktioniert. Das ist jetzt natürlich, ich habe natürlich auch viel, ähm, ich habe große Augen. Ich habe eine große Wangenpartie. Und dadurch geht das bei mir. Wenn ihr natürlich, äh, ein ganz zartes, kleines Gesicht habt und wesentlich kleinere Augen, dann nehmt auf jeden Fall einen kleineren Pinsel. Und auch das gebe ich so in tupfenden Bewegungen quasi. Ich hoffe, ihr seht das. Und, ähm, bei Douglas haben wir das immer Lichtschmetterling genannt. Äh, das ist quasi die Stellen, die im Gesicht hell erscheinen sollen. Und das sieht auch so wie so ein Schmetterling, ne? Und deshalb Lichtschmetterling. Ling, 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 ling. Ich hoffe, ihr seht was. Ja, und das tue ich dann auch. Ich eben seht, ich arbeite lange ein. Also ich brauche für mein Augenmakeup vielleicht fünf Minuten. Und, äh, und für meine, für mein, äh, Foundation brauche ich wirklich ein bisschen länger. Auf jeden Fall. Weil ich wirklich da viel Wert drauf lege. So, immer schön nach unten. So. Das war jetzt, äh, der ganze Zauber. Foundation und Concealer. Ja. Wir sind zufrieden. Und jetzt wirkt das Gesicht natürlich sehr platt, ne? Also es ist keine Kontur. Es ist eigentlich nichts, ne? Es ist alles sehr, sehr blass auch, weil ich bin nun mal blass, aber es passt eben einfach. Nicht vergessen, jede Fauntlichen Dunkel auch noch ein bisschen nach. Dann nehmen wir, oh ne, jetzt habe ich schon hier etwa, oh, ich bin bekloppt. Ich habe mein Mac Harmony vergessen. Wo liegt denn der? Ja, da liegt der drüben, den hole ich jetzt, ne? Leute, dann machen wir es jetzt nicht anders. Wir improvisieren. Ist auch nicht so schlimm, ich nehme nicht immer Mac Harmony. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal zum Konturieren auch diesen hier. Und den benutze ich dann, glaube ich, auch gleichzeitig als Rouge. Muss ich mal sehen, weil ich benutze ja keinen Rouge. Weil ich sowieso rote Wangen habe und die scheinen auch immer noch ein bisschen durch. Und zwar ist das von P2 Catch the Glow. Fang das Glow, ne? Das fandet er gut. 020 Pure Instinct. Und der ist auch relativ schlammisch und nicht so rot. Von daher müsste das auch funktionieren. Ich glaube, ich habe auch schon mit dem konturiert. Zum Konturieren nehme ich diesen hier. Ne, das ist auch von Real Techniques. Ich komme mit dem Pinsel super klar. Oh, und das ist der Konturbrush. Also Franzi, alles richtig gemacht. Und da nehme ich mir ein bisschen was auf. Ganz wenig. Und dann nehme ich meinen Pinsel hinten. Was ich sagen wollte. Dann nehme ich meinen Pinsel hinten und nicht vorne. Weil wenn ihr vorne den haltet, dann wird es sehr hart. Und gerade wenn ihr den Mac Harmony habt, würde ich euch empfehlen, euren Pinsel so weit hinten wie möglich anzufassen. Weil dann habt ihr einfach eine viel leichtere Hand, als wenn ihr den so habt. Da habt ihr nicht so die leichte Hand. Also nehmen. Und viele machen ja immer diesen Fischmund. Mache ich nicht. Ich mache immer so. Und dadurch sehe ich meine Kontur auch. Also ne, so die Kuschel verziehen. Das verblende ich dann noch ein bisschen hoch zu den Schläfen. Und ihr werdet jetzt schon feststellen, Franzi, du benutzt Puder, Konturpuder auf nicht abgepuderter Haut. Jawohl. Das ziehe ich dann auch mir schon ein bisschen hoch, weil, also quasi bis, also auf keinen Fall weiter runter. Aber schon ein bisschen höher mit, weil ich benutze das gleichzeitig noch mit als Rouge. Habe ich mir gerade spontan so überlegt. Und jetzt seht ihr hier auch schon, also ich bei mir sehe das diesen Glow von diesem Alverde Highlighter. Das ist absolut geil. Und ich nehme mir da lieber immer mal noch ein bisschen nach. Bei dem hier, bei diesem P2 könnt ihr ruhig den Pinsel weiter unten anfassen, weil der ist nicht so zickig wie Mac Harmony. Und wie gesagt, normalerweise wird ja das Gesicht vor der Kontur abgepudert oder vor dem Rouge, mache ich nicht. Ich benutze kein Puder. Das ist schon, ich glaube, ich habe, wo ich Teenager war, so mit 14, 15, habe ich dieses Manhattan Puder genommen. Was auch noch jetzt dieses, sorry, der Stuhl quitscht, dieses, äh, wie ist denn das, was so stark deckt, das gibt es auch heute noch. Und aber ich, dadurch, dass ich trockene Haut habe, funktioniert das für mich nicht wirklich gut, habe ich das Gefühl. Wichtig ist, dass ihr das wirklich schön verblendet. Und das geht mit dem Pinsel eigentlich ganz gut. Und ich, oh, sorry, ey, der Stuhl ist furchtbar. Ich zappel übelst rum in meinen Videos. Und dann nehme ich mir jetzt nochmal das Produkt und trage das hier so, seht ihr das, quasi als Rouge. Weil ich nehme keinen, ich brauche wirklich keinen Rouge. Ich habe rote Wangen, die kommen auch immer wieder durch. Das, äh, die Foundation von NYX. Ich habe auch ein Foundation-Video gemacht, in dem ich meine drei liebsten Foundations vorstelle. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich das leider nicht hochladen, weil mit der Datei irgendwas nicht stimmt. Falls es jetzt doch schon oben sein sollte, also online sein sollte, dann verlinke ich euch das auch unten in der Infobox. Da habe ich euch meine drei liebsten Foundations gezeigt. Und da war die NYX Foundation, die ich heute benutze, auf dem ersten Platz. Weil ich finde, dass die wirklich, dass die wirklich toll ist. Aber die hat halt keine super starke Deckkraft. Und das möchte ich auch nicht, weil das ist mir einfach zu viel. Und ihr seht, ich baue das auf. Also das bedeutet, ich klatsche mir nicht gleich übelst viel ins Gesicht. Sondern ich baue mir das wirklich so nach und nach. Langsam auf, ne. Ihr seht jetzt in der Kamera, glaube ich, nicht viel. Aber es ist tatsächlich vorhanden. Und da geht auch, also ich nehme jetzt diesen P2 hier. Dieser, dieser MAC, das ist Refined Golden. Den nehme ich wirklich nur als Spiegel. Ich weiß nicht, ich mag die Farbe überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was mich damals geritten hat. Aber ich glaube, der war damals in einem Set mit drin. Ich hoffe, ihr könnt was sehen. Und dann nehme ich mir nochmal meinen Foundation-Pinsel und verblende das quasi noch. Also ich mache das wirklich komplett anders. Ihr sollt das nicht so machen wie ich. Das soll jetzt kein Aufruf dazu sein. Oder ich mache es perfekt und ihr alle nicht. Auf gar keinen Fall. Aber so mache ich es. Und so komme ich damit am besten zurecht. Das war's. Mehr mache ich nicht. Also wie gesagt, den Highlighter habe ich ja, oder den Highlighter, habe ich ja schon mit in der Farbe dicht. Deshalb trage ich den nicht auf. Und ansonsten reicht mir das. Ich nehme heute mal einen ganz dezenten Lippenstift. Weil wir fahren dann gleich noch zur Schwiemu Mittagessen. Und da kann ich nie auftauchen wie so eine Nutte. Und zwar Secret Whisper. Den gibt es aber nicht mehr. Der ist aus dem Sortiment genommen. Der ist so schön. Und hat zur Zeit wieder ganz trockene Lippen. Bin ich auch selber dran schuld, weil ich wieder anfange mit Knuseln. Ich ziehe immer meine Lippenhaut ab. Und das auch jetzt mittlerweile wieder in der Nacht. So, dass ich es gar nicht so richtig mitkriege. Das ist da einfach so automatisch. So wie manche Fingernägel kauen. So, jetzt machen wir mal noch hier diese Frisur zur Nichte. Und, ähm, jetzt sind meine Haare bestimmt wieder geladen. Ja, das war's. Das ist meine Foundation-Routine. Also ich benutze kein Puder. Und bitte, ich möchte jetzt auch nicht hören, ja Franzi, das funktioniert doch nicht. Bei mir hält meine Foundation, wenn ich 8 Stunden arbeiten gehe, trotzdem den ganzen Tag. Klar, nutzt sich das immer so ein bisschen ab. Aber das ist auch so, wenn ihr Puder benutzt. Und ich fange nicht an zu glänzen. Mein, mein Fetthaus halt, zumindest der meiner Gesichtshaut, ist absolut ausbalanciert. Also da ist nichts, wo ich, und wenn ich mal ein bisschen auf der Stirn glänze, da kacke ich mir nicht ein. Also das finde ich nicht schlimm. Und ja, ich komme damit super zurecht. Ich mache das schon, wie gesagt, mindestens seit 10 Jahren so. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch vielleicht einige Tipps geben, auch wenn ihr sagt, ich pudere vorher noch ab. Das könnt ihr ja machen. Aber gerade mit der Foundation, wie gesagt, ihr seht, ich trage die Foundation wirklich nur bis hierher auf. Und ich habe keinen Rand. Wirklich keinen Rand. Also ich hoffe mal, ihr seht es auch. Ich hier habe wirklich nichts von einem Rand. Und so sollte es auch sein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir schreibt, wie ihr das macht. Ob es vielleicht noch irgendjemand da draußen gibt, der auch keinen Puder und auch keinen Rouge benutzt. Und das würde mich mal interessieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, ich habe euch lieb, meine Süßen. Macht's gut. Tschüssilein und Knutschilein.